Du hast ja einen Rucksack, ne? Einer von uns muss wohl dran gehen Okay, Max verlässt sie auf meine Skills Ja Warte mal, du fliegst? Ich fliege Alter, ich weiß nur noch so Ich werd das nie vergessen, wo wir Wasteland in Purgles gespielt haben, wo ich so Warte mal, ich probier dir mal zu fliegen, wo irgendwer bei dir auf dem Apartment gelandet war Max, wie viel Geld hast du? Und ich seh ihn schon nach vorne vom Apartment runter preis 9000 9000? 9000 Ja, ich werd dir mal das überweisen, dann sitzt du gleich auf dem Fahrerseed und wir müssen nicht hier irgendwie blöde Sachen rummachen Okay, kannst du dir auch kaufen und dann kann ich dir direkt hinkommen, dass du dir direkt hier Weißt du den ersten, ne? Ja Ja, sieht geil aus, aber ich glaub der erste ist besser Ich mach 9-7-3-5 Sitz dran Ähm Waa 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 Ich muss hier irgendwie Weit nochmal aus, geh mal du rein Kann sich ja nur auf dieser Seite setzen, ist ein bisschen dumm Kann, kannst du auch, setz dich auf die andere Seite und jetzt von der anderen Seite ausschießen Kann man davon schießen? Ja, du kannst schießen Ja, du kannst schießen Wie geil ist das denn? Ich kann schon nicht schießen Ich nehm auf 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 Weil ich weiß es sowieso schief geht Weil ich weiß es sowieso schief geht Wo müssen wir hin, wo sind diese Base und da? Ah, mach einfach Mark auf die Tracer Ich kann's ja auch sagen Ich kann's ja auch sagen Ich weiß es sowieso Oh Gaaaaad Tch. Nope. Äh, muss ich steuern. Ich glaub du musst dich schon ein bisschen nach vorne beugen. Ja definitiv. Ich bist doch halt mega Slumbo. Max, folg dich mal vor. Du musst doch mal raus machen. Oder was? Du hast doch grad gemacht. So. Jo. Ja so nicht. Jetzt nicht zurückbeugen. Du musst dich nach vorne beugen, dann fliegst du schneller. So, ja. Was denn du ey? Du hast am besten dauerhaft. Ja ne, jetzt passen wir das Schiff. Aber ich glaube mal schon höher. Äh. Äh. Mal gucken. Ja. Den kannst du aimen? Ja. Wenn nicht. Klick mal. Rechte Maustaste. Mach dir nichts. Den linken. Ah. Ich kann sogar reinzoomen. Naja. Oh, ich hab fast... Alter, ich hab fast einträgeriert. Alter. Magst du mir das ein bisschen schnell? Na doch, du kannst auch viel schneller fliegen mit mir. Den kannst du super schnell fliegen, wenn du dich nach vorne beugst. Also nicht. Also nicht. Hier wird doch mal eine Schwung. Wenn ich jetzt bitte. Dann werden wir wieder fliegen. Äh. Wurscht. Mach einfach mal. Ich guck mal kurz in die Kontrollset. Kann eigentlich sein. Kannst mit dem Ding super schnell fliegen eigentlich. Dann fahren wir sicher. Fast vielleicht würden wir gehen gerade. Okay. Helikopter. Ja. Hier wärst du nicht so schnell im Baum gleich. Was macht er denn, wenn du weh... Drückst du gerade weh? Drückst du gerade weh? Drück ich. Kann man lieber vorne gehen. Dann lass uns das mal. Dann lass uns das mal raus. Dann lass uns das mal raus. Dann lass uns das mal raus. Und auf Shift. Wenn du Shift ohne Weh hast... Wenn du Shift gedrückt hältst, dann... Dann macht der... Eiert der so rum? Oder? Ja, dann eiert er so. Dann bleibt er direkt höher. Okay. Das Shift ist zu höher. Und Y. Und Z... Ja, achso, Y. Ja. Das muss irgendwie gehen, Alter. Kannst du es nicht so halten, dass... Kannst du es nicht halten? Ja, aber ich mein, nein. Kannst du es nicht so halten, dass... Ich muss es nicht noch nach vorne fallen? Krass. Das muss irgendwie gehen, Alter. Das macht... Das macht... Das macht jeder... Andere fliegt auch immer so super schnell damit. Ach, ich glaube, hierfür kann man Rope benutzen. Ich glaube, man kann... Wow! Wow, was machst du, was machst du, was machst du? Was machst du, Max? Max, was machst du? Alles gut. Alles gut. Alles gut. Achso, ja, dann mach das mal aus. Dann kannst du wahrscheinlich schnell fliegen. Jetzt funktioniert's. Ja. Deswegen... Deswegen ist der so... Weil das... Weil du es aus hattest die ganze Zeit. Deswegen ist der so langsam. Ja, das ist ja alles angesagt. Ja, du musst es halt selbst steuern. Bis der so nach vorne fliegt. Das war der Korbetspiel. Das war der Korbetspiel. Wie kannst du es aufgenommen haben? Alter. Du konntest es weiter... Irgendwie gehen seitlich, Alter. Du fliegst irgendwie seitlich. Ohne Autohörer zu fliegen. Du hast irgendwie... Ich hab eine Kontrolle gefordert. Wie das zum Autohörern drohen. Also jetzt bist du wieder mit Autohörer raus? Ich bin zu fliegen mit Autohörer. Ich hab's nicht angeschaltet. Ich hab's nicht angeschaltet. Ach komm. Probier mal ein bisschen schneller zu fliegen. Ja, das ist echt langsam, Alter. Ich kann mir gleich mal wollen. Ja, das ist echt langsam, Alter. Ah. Wo ist ein Old Aircraft? Aircraft ist ein Balota, ey. Wenn ich nächstes Mal sterbe, dann hol ich mir ein Flugzeug und krieg das Flugzeug in deren Helikopter rein. Ja, jetzt wo wir einen haben, dann werden die das genauso machen. Ja, gut. Ist ja egal. Böse Nummer 10.000. Naja, die haben mir ein viel fetter... Woher sollen die denn wissen, dass jeder sagt? Ja, das stimmt. Ach, scheiße. Ich hab nichts losgevergessen. Ach, scheiße. Ach, vielleicht ganz gut, weil ich sowieso gleich bei der Landung sterben werde. Ja, vom Auto aber auch. Ja. Drück nicht damerhaft nach W nach vorne. Also, okay. Einfach nichts zurück, weil das gleiche ist. Ja. Ja. Und dann halt ganz langsam und dich ran tasten. Alter. Spack der richtig ab. Alter. Da ist die Base. Ja, safe würde ich nicht unbedingt sagen. Also hier, da kann so einer... Aber wenn die Base von wem ist, in aller... in aller Ruhe wegschießen. Hm? Weiß ich nicht. Die Base... Unsere Base steht da vorne. Ja, die von vorne 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 vorne. Ne, ist sie auch nicht. Aber die haben auch ein Auto in ihrem... in ihrem Zaun gestiegen. Vielleicht die haben auch nochmal ein extra... Ja, die haben auch nochmal einen extra Zaun außen rum. Um Gottes Willen. Weiter vor. Und versuch möglichst weit links zu parken. Dass wir nicht anstoßen. Schöne... Ich habe schon das Gefühl dass der... der Motor greift dann das... in die Seite so... Ich habe schon das Gefühl dass der... der Motor greift dann das... Spitzig. Da sieht man mal, wie schnell wir fliegen, ey. Bisschen nach links noch. Und noch vor. Ja, noch ein bisschen vor. Noch ein... ja... Geh mal ein Stück runter. Immer noch vor. Aber es sieht gut aus. Ich geh raus. Tschüss. Ja, geh runter, geh runter, geh runter. Nice. Erstmal hier in der Wand verstecken, ey. Schön. Nicht, dass ich noch mit in die Luft geh, wenn das Ding hochgeht. Das einzige Problem ist jetzt ein bisschen, dass hier noch ein zweiter Helium passt. Ich würde den fast noch ein bisschen mittiger parken. Probier's. Äh, scheiß drauf. Lass, lass, Alter. Probier's gerne. Super schwierig, überhaupt hier zu parken, Mann. Also... Ich fand's schwierig. Ja, der ist schon... Ich stell bloß sicher das Auto hab er an. Äh, alle. Autoschwebeflug... Aus... Ne, Autoschwebeflug an. Ne, 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 es muss... Es muss... Es muss... Wenn du hochscrollst, es muss... Es muss Aus dran stehen. Also... Er steht jetzt im Moment aus dort. Okay, das ist gut. Und mit Schild komm ich hoch. Ne, ne, jetzt muss das noch nix machen. Da geht's irgendwann allein auf dem Witzfeld. Ich höre irgendwie nen anderen Heli, hab ich das Gefühl. Und wir starten gerade. Ne, ich mein, ich hab irgendwie das Gefühl, ich den zweiten irgendwo höre. Aber hier sind der Morgens drin und auch schuldig, dass ich heiß hab standen. Wo ich bei dirste ich hab natürlich... vu... Wo...? Wo... Wo?! Wo... Alter, tschüss. Shit. Das Ding geht echt ganz schön schnell. Oh Gott. Oh mein Gott. Das ist so was. Du kennst diese Family Guy Folge wo er mit dem Peter Kopter. Ja. Oh shit. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Was ist jetzt mal los? Mach mal schön die Tür zu ey. Damit die Explosion mich nicht da. Ohr weiter. zysta! Das muss ich weiter vor? Ja. Ich könnte ein Mal Charly. Gar nicht, du bist genauer. Es ist knapp. Alter. Was ist denn? Du musst auch aufhören auf W zu drücken, wenn du runter gehst. Oh mein Gott. Was ist denn? Du musst auch aufhören auf W zu drücken, wenn du runter gehst. Aber wenigstens lernen wir es jetzt, weißt du. Ich würde es auch gleich nochmal ausprobieren. Haben wir eigentlich 4, oder? Ne, ne? Wie viel ist denn da drin? 4? Aber jetzt noch 160. Vielleicht nicht so einfach. Max, du müsstest eigentlich, weißt du, damit man die Base so gut von oben, absehen kann, müsstest du eigentlich mal mit der Drohne so rumfliegen, weißt du. Und die Base so von außen bleiben, so viel als den Trupp fliegt. Das gehört bei dir. Da ist ein Auto bei uns. Oh. Äh, in die Richtung wo mein, wo der Hedi schaut. Ist das ein Zaranus? Ja. Oh, 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 oh. Muss jetzt ausloaden. Wir müssen jetzt noch weiter nach vorne parken, denke ich. Ja, jetzt stehst du ja noch weiter hinten als vorher. Schön gemacht, Max. Okay. Ne, ich will es probieren, ich will es probieren. Ich will es probieren, okay. Check mal kurz noch den Chart aus, bevor du fliegst. Ich bin mal weg. Ah, okay. Cool. Ciao, ciao. Hau rein, schau. Okay, wie mach ich das jetzt? Äh, obwohl? Fuck it, I'm out. Max, wie, wie mach ich das? Äh, ist Auto-Hover, wenn du scrollst, ist er off? Ja. Ja. Das ist gut. Warte, warte, warte besser. Äh, ich will es noch weiter. Okay. Okay. Ich bin ja auch schon auf Double-I, oder um Z fixieren, weil eigentlich kannst du auch mit Q und E drehen. Das ist ja praktisch, wenn man das ist. Boah, wie sich das immer mitdreht. Und jetzt geht's wieder runter? Das ist wirklich, das ist nicht so. Da liegt das nicht. Und jetzt ist das nicht so. Das ist nicht so. Das ist nichts. Die lautet. Jetzt geht's wieder runter. Wie geh ich wieder runter? Max? Ja. Das ist unterwegs, mit dem Auto. Ich muss hier mal diese Rekordfunktionen von Dauberwürfern, die ist echt ziemlich krass. Super gut customisierend und das wird sehr gut drauflegen. Die Rekordfunktionen von Dauberwürfern, Dauberwürfern, Dauberwürfern. Was macht er denn gerade? Okay, drüber mal 300x. Ja, geil. Wieso ist er denn ohne Grund seitlich gegangen? Wieso ist er denn auf einmal zur Seite gegangen? Ich habe gar nichts gedrückt. Nein. Also ich stehe ja nicht mit der Maus. Ich habe ja alt. Wieso ist er denn zur Seite gegangen? Ich habe doch gar nichts gedrückt. Er ist einfach so nach rechts gegangen. Ohne Grund. Einfach so nach rechts. Ist vielleicht meine Push-to-Talk-Taster irgendwas beim Helikopter? Was ist bei deinem Push-to-Talk-Taster? Tee. Ah, nee, alter. Ja, sorry. Good one, new one. Ja. Ich wusste, dass wir den eh verlieren werden. Und ich habe es aufgenommen. I got you on camera, buddy. Scheiße. Ja.